Was soll das? Jawus. So, wie machen wir dich? So, zack. Du kommst mit. Nein! Okay. Oh, Angst? So, Kamera Nummer 17. Hallo, Kubus mit Herzen. Na klar. So, den müssen wir durch die ganze Testkammer mitschleppen. So. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment-Center-Tests sind auch, glaube, sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment-Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Cool. Ich will auch so einen Kubus. So. Den brauchen wir jetzt. Machen wir zuerst den hier. So, jetzt geht die Plattform hoch. Jetzt holen wir uns... Wie war das hier? Den müssen wir hier drauf stellen. Genau. Dann geht die Tür auf und hier müssen wir uns drauf stellen, damit dann das Ding hier durchfliegen kann, aber dazu muss ich erst hier hoch. So. Wir benutzen den gleich, ähm... Blau rein, okay. Sollte der mal kurz hier anstoßen, mache ich hier ein Loch auf. Zack, 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 zack. Dann gucken wir mal, wann er wieder kommt. Gut. Weil ich möchte mich ungern vor dem Teil, vor dem Teil treffen lassen. Oh, fuck die Scheiße. So. Das Enrichment-Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiter Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend seinen Rat zu ignorieren. So, und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch der hier hochfahren. Ah, genau, hier. So. Jetzt gehen wir hier hoch. Hierher im Portal. Kommt jetzt da noch einer? Schon. Ja. Komm. 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 Ah, hallo. Hallo? Der mag nochmal. Dann eben nicht. Ich bin schneller. So. Jetzt fährt das dritte Teil hoch. Jetzt holen wir uns den Kubus wieder, denn den müssen wir wirklich bis zum Ende mitnehmen. So. So. Dann schauen wir wieder hier hoch. Zack. Ah, verdammt. Also die Springerei mit dem Portal hier ist irgendwie ein bisschen komisch. Zack. 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 So. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science, Intelligenz-Notverbrennungsanlage. Hm. Okay. Machen wir es mal auf. Jetzt müssen wir leider leider den Kubus da reinschmeißen. Damit er kaputt geht. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller beopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Ach, der arme Kubus. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Juhu. Kuchen. Oh. 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 Not never was. Not never but now. Courage is not the absence of fear. Kein Kuh Ach, wenn man das Geschmier lösen könnt She's watching you Ach Ach So, schauen wir mal darauf Was gibt's da schönes Irgendwie Mensch Na gut, weiter in der Testkammer Hier No, lass mich raster So, wo geht's jetzt weiter Hier sind wir gekommen Gut, dann machen wir hier weiter So, dann Hier und Geht's hier? Ja Hier und Oh, wir müssen da hoch Was haben wir hier? Den Orangen, also Blau Ah, das ekelhafte Zeugs Hallo Nicht gefunden So Die können wir mit dem Elektro Ding, sie hier runter bashen Okay, so nicht So Dann kommt's hier und hier Und die müssen wir sogar runter bashen Sonst stören die einen nur So Der nächste kommt hierher Da muss ich aber irgendwie mal ausweichen, glaube ich So Und Okay Passt So Wer ist hier noch Der Typ So So So, wo ist er? Zack Sollte Treffen Ja So Wo muss ich jetzt hin? Wie gehen sie jetzt weiter? Ja, genau Okay Und zwar muss ich Ja Hier im Portal Hier im Portal Damit das hier rüberfliegt Dann Nein Das war zu spät Okay Hier im Portal Wenn der jetzt dann los schießt Muss ich ganz schnell zu dem Schalter Ja Zack Zack Damit der da rein kann Dann bewegt sich die Plattform Und wir können da rüber Und uns den Kubus holen Den wir dann auf Dieses Ding hier stellen Ja Lalalala Die 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 Fall Okay Zuerst müssen wir hier Ja Damit wir da wieder rauskommen Denn wenn wir diesen Schalter hier betätigen geht diese eine Tür wieder auf. Und die brauchen wir, damit wir da hochkommen. Und zwar so. Ja. Ich kann fliegen. Oder auch nicht. Na, wieder ein umständlicher Weg. Tschüss. Und hier klemmas Orange. So. Ähm. Doof, doof, doof. So, wo ist er? Da ist er. So. Und jetzt? Äh, ja. Ja. Lass mich da raus. Nja. So. Die Testkommel geht aber lang. Okay. Die war aber cool. Äh. So. Juh. So. Was haben wir hier? Blau. So. Wo muss ich hin? Da. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Okay. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. So. So. Musste mal kurz die Aufnahme neu starten. 19 von 19. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Wow. Kuckuckuckuckuckuck. Yeah. So ist das so? So. Aufhören. Achso. Blöd. Zack, zack. So, ich muss hier ein bisschen schneller sein wie das Teil hier. Zwar hier draufdrücken. Zack, zack. Und warten bis das Teil hier kommt. Speed. More speed. So, und jetzt kommt ein ganz ekelhaftes Ding. So, ausgetrickst. Ausgetrickst. Hier sehen wir uns nochmal. Und hier sehen wir uns nochmal. So, wie war das jetzt hier? Hier ein Portal. Und da ein Portal. Damit wir hier schön drüber springen können. Woher. Woher. Gratulation. Der Test ist vorüber. Kugel. Alle Appertür-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Jetzt werden wir geröstet. Die Musik ist cool. Ja, das war's, Leute. Ne, keine Angst. Wir gehen hier raus. Ciao. Ciao. Was machen Sie da? Bis jetzt. Ich. 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 Ich.